Diesen Krieg gewinnen wir nicht. Auch nur ein Wort über das, was ich Ihnen gleich zeige. Und Sie werden wegen Hoferers hingerichtet. Wer sind Sie? Alan Turing, einer der besten Mathematiker der Welt. Sie kennen Enigma? Es ist das genialste Verschlüsselungsgerät der Geschichte. Die Deutschen setzen es für ihren gesamten Nachrichtenverkehr ein. Es gibt 159 Millionen, Millionen, Millionen mögliche Kombinationen. Es lässt sich nicht knacken. Lassen Sie es mich versuchen, dann finden wir es raus. Mr. Turing, wissen Sie, wie viele Menschen wegen Enigma sterben mussten? Drei. Während dieses Gesprächs. Churchill hat Alan die Leitung übertragen? Wir haben zu wenig Leute. Dann besorgen wir mehr Leute. Für die Lösung dieser Aufgabe haben Sie sechs Minuten. Ist das überhaupt möglich? Ich brauche Macht. Fünf Minuten, 34 Sekunden. Es sollten doch höchstens sechs sein. Was machen wir wirklich? Wir entschlüsseln einen nicht entschlüsselbaren Nazi-Code und gewinnen den Krieg. Oh. Haben Sie schon einen einzigen deutschen Funksprung entschlüsselt? Meine Maschine wird funktionieren. Früher oder später machen Sie einen Fehler. Sie werden niemals verstehen, wie wichtig das ist, was ich hier erschaffe. Alan! Manchmal sind es die Menschen, von denen man es sich am wenigsten vorstellen kann. Die etwas leisten, was bis dahin unvorstellbar war. ビd aufs行en kann man es nicht mehr Louise. Ich schpres ederim. Manchmal ist es für die Leute, aspirier, wie sie es weiter этого waren.